Ich rufe in diesen Kreis, um sich den Streit zu stellen, den, der das Leben achtet und den Tod ehrt, den, der über den Kreislauf wacht, den, für den ein Ende immer ein Anfang ist. Ich rufe den grünen Avatar. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020